Der First-Person-Shooter-Enthusiast Hiro Akidewa und die Zombie-Film-Fanatikerin Otoha Judo finden sich in einer Zombie-Apokalypse wieder. Wie die beiden ihre neue Situation meistern, erfahrt ihr in dieser Review zu When The Clock Strikes Z. Ich bin Stefan vom Light Novel Dungeon. Bei diesem Video handelt es sich um eine Audio-Version meines Reviews zu When The Clock Strikes Z Band 1. Einen Link zum geschriebenen Artikel beim Light Novel Dungeon findet ihr in der Videobeschreibung. Falls euch dieses Video gefallen sollte, vergesst nicht zu abonnieren und klickt auf die Glocke, damit ihr kein neues Video verpasst. Allgemeine Informationen Mich hat irgendwie das Zombie-Fieber gepackt. Nachdem ich aber durch Another World's Zombie-Apokalypse is not my problem ein wenig enttäuscht worden bin, das Video-Review findet ihr auch unten in der Beschreibung, brauchte ich danach eine Geschichte mit einer klassischen Zombie-Apokalypse. Ihr wisst schon, mit gefährlichen Zombies, Blut, Gedärmen und ein bisschen Gore, abgetrennten Köpfen und solchen Sachen. Beim Stöbern durch den Katalog von J-Novel Club habe ich dann diese Novel hier entdeckt. Die Beschreibung ließ mich schon erahnen, dass dies genau die Novel war, nach der mir gerade der Sinn stand. Die Novel When the Clock Strikes Zee stammt aus der Feder des Autors Ichiro Sasaki. Er zeichnet sich auch verantwortlich für die Novels Outbreak Company, Blue Steel Blasphemia und Chaika die Sargprinzessin. Unterstützung für die Novel erhält der Autor durch Illustrationen von Katsu Danso. Die englische Übersetzung stammt vom Publisher J-Novel Club. Als Übersetzer wurde Inps Moink tätig. Für diese Review habe ich mir die Premium-Version angesehen, die man direkt bei J-Novel Club erwerben kann. Diese ist der EM-Frei und enthält noch ein paar Kurzgeschichten. Ansonsten ist sie allerdings identisch zu den anderen verfügbaren Fassungen. Auffällig an diesem Buch ist allerdings, dass es mit 150 Seiten, zumindest laut Kobo, mein Pocketbook zeigte mir 134 Seiten an, eher kurz ausfällt. Die Serie ist in zwei Bänden abgeschlossen. Nach dieser kleinen Einleitung wollen wir doch gleich einen Blick auf den Inhalt werfen. Offizielle Beschreibung Als der Hardcore Third-Person-Shooter-Enthusiast Hiro Akideva zum ersten Mal seit langem sein VR-Headset abnimmt und nach draußen geht, stellt er fest, dass die ganze Welt in Schutt und Asche liegt. Bald darauf trifft er zufällig auf den Horror-Junkie Otoha Judo und die beiden vereinen ihre Kräfte, um die Zombie-Apokalypse zu überleben. In einer schicksalhaften Nacht lässt eine Virtual Reality AI namens Raven ihnen eine kryptische Nachricht zukommen, überlebt und die Menschheit könnte wieder einmal aufblühen. Folge diesen beiden Sonderlingen, während sie sich in einer hoffnungslosen Welt an ihre Hoffnung klemmern. Dies ist eine freie Übersetzung der offiziellen englischen Beschreibung von Jane Novel Club. Da diese Beschreibung allerdings nicht viel zum Buch sagt, wie ich finde, habe ich mir erlaubt, eine ausführlichere Zusammenfassung zu machen, die sich auf die ersten 30 bis 40 Seiten bezieht, um genauer herausarbeiten zu können, worum es eigentlich genau in diesem Buch geht. Logischerweise muss ich hier vorne dran eine Spoilerwarnung aussprechen. Wenn ihr diese Inhaltsangabe also nicht hören wollt, schaut auf den Timestamp, den ich euch hier eingeblendet habe und springt dann direkt weiter zu meiner Meinung zu dem Buch. Kümmern wir uns um die Inhaltszusammenfassung. Unsere Geschichte beginnt wie jede gute Zombie-Geschichte mit dem Ausbruch einer Seuche. Wie sie wohl genau ausgebrochen ist, wird allerdings nicht erklärt. Allerdings kollabierte Japan bereits einige Tage nach der ersten Infektion und wird nun hauptsächlich von Zombies bevölkert. Unser männlicher Protagonist Hiro Aki Deba bekommt davon allerdings erstmal gar nicht viel mit. Seit er die Schule abgebrochen hat, ist er viel zu sehr damit beschäftigt, in den Rängen des Virtual Reality First Person Shooters Field Battle aufzusteigen, um sich Ruhm und Ehre zu verdienen und dann damit das große Geld zu machen. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass seine Familie nicht gerade begeistert war, das zu hören. Anfangs hielten sie es nur für eine Phase, die vorbeigeht. Als aber klar wurde, dass es Hiro Aki Ernst damit meint, fing seine Familie an, ihn zu ignorieren und nur noch das Notwendigste fingen zu tun. Aber etwas scheint doch anders zu sein in den letzten Wochen. Das Essen, das ihm seine Mutter immer noch jeden Tag vor die Tür stellt, hat mittlerweile einen Pflaumen wie ein Pfirsich und ist wohl auch nicht mehr genießbar. Ist das alles nur ein schlechter Scherz? Als er die Tür öffnet, um seiner Mutter richtig die Meinung zu geigen, wird ihm allerdings deutlich anders. Seine Mutter sieht noch blasser aus als sonst, ihre Zähne faulen bereits und auch ihre Haut scheint sich bereits von ihrem Hals abzuschälen. Auch eines ihrer Augen ist merkwürdig geschwollen. Jeder normale Mensch wäre doch längst zum Arzt gegangen, oder nicht? Als ihm eindeutig klar wird, dass seine Mutter nicht mehr seine Mutter ist, sondern ein Zombie, rettet ihm ein Zufall das Leben. Ein Bücherregal stürzt auf seine Mutter und beendet ihr untotes Leben damit ein für allemal und mit einem Knall und einer großen Blutlache. Als er daraufhin die Situation im Haus beurteilt, merkt er schnell, dass er nicht mehr zu Hause bleiben kann. Auch sein Vater, der immer noch wie jeden Morgen seine Schuhe putzt, und sein kleiner Bruder sind ebenfalls zu Zombies geworden. Nun versuchen sie sich an seinem zarten Fleisch zu ergötzen. Er schafft es aber, ihnen zu entkommen und zu einer nahegelegenen Polizeistation zu fliegen. Zu seinem Pech war allerdings auch schon der Polizeibeamte ein Zombie, der sich bereits an den Leichen einiger Schülerinnen weidet. Als dann auch noch sein Handy klingelt, hat für Hiroaki wohl sein letztes Stündchen geschlagen. Allerdings taucht ein junges Mädchen, Otoha Judo, auf, um ihm das Leben zu retten. Und den Zombie mit Zweigekonten schwingen, mit ihrer Schaufel zu enthaupten. Nachdem er Otoha davon überzeugt hat, dass er kein Zombie ist, schließt er sich ihr an, um sein eigenes Überleben zu ersichern. Meine Meinung zu When the Clock Strikes Z Der Autor tischt uns hier also eine klassische Zombie-Apokalypse mit einer Menge Gewalt, Blut, Gedärmen und vor allem Zombies. Im Grunde also genau das, was ich mir vom Buch erhofft hatte. Es wird sich den klassischen Klischees aus Zombie-Filmen und Videospielen bedient. Was in diesem Fall nicht mal schlecht ist, sondern sogar zur Atmosphäre des Ganzen beiträgt. Mit Hilfe von Otoha lässt der Autor immer wieder alle mögliche Trivia über Zombie-Filme und Spiele, man denke an Resident Evil, vom Stapel. Was das Ganze wirklich unterhaltsam macht. Die Gewalt und der Gore-Faktor dürfen hier natürlich auch nicht fehlen in so einem Buch. Die Action bedient sich einer sehr detailreichen Beschreibung und ziemlich brutalen Methoden der Zombie-Beseitigung durch unsere beiden Protagonisten. Hatte ich die Schaufel und das Abtrennen oder Einschlagen von Köpfen erwähnt? Für Fans von Splatter und Gore gibt es im Buch definitiv etwas zu lesen. Manche Szenen könnten so direkt aus einem Action-Film stammen. Ihr wisst schon, explodierende Gebäude und der ganze Spaß. Hat mir sehr gut gefallen. Wir finden auch hier die typischen Waffen einer Zombie-Apokalypse wieder. Seien es Brechstangen, selbstgebastelte Speere oder eine einfache Schaufel. Mir fehlte in diesem Buch eigentlich nur noch die obligatorische Kettensäge. Die Örtlichkeiten, die wir in diesem Roman erkunden, könnten wohl auch nicht typischer sein. Die beiden schlagen ihr Camp in einem verlassenen Heimwerkermarkt auf und plündern die lokalen Supermärkte nach Vorräten und kriechen auch schon mal durch die Kanalisation. Der Autor scheint auch im Übrigen Schusswaffen sehr gerne zu haben, was man vielleicht auch an seinen anderen Werken erkennen kann. Es ist jetzt nicht so verrückt wie zum Beispiel bei Keiji Sigsawa in Sword Art Online Alternative, aber es wurde darauf geachtet, die Schusswaffen, die unsere beiden Charaktere finden und verwenden, korrekt zu beschreiben und zu benennen. Auch gab es immer ein wenig Info durch Hiroaki zur jeweiligen Waffe. Gut gefallen hat mir auch, dass der Autor sich nicht allein in der Action verliert, sondern sich auch genauer mit dem Überleben und den seelischen Folgen solch einer Ausnahmesituation beschäftigt. Die Welt der Zombie-Apokalypse ist natürlich in einem desolaten Zustand. Geschäfte sind zerstört und da sich niemand mehr wirklich um die Sachen kümmert, fangen die nicht lange haltbaren Lebensmittel an zu verrotten, was das Überleben nicht gerade vereinfacht. Auch bei den psychologischen Folgen geht der Autor ganz schön in die Vollen, was mich doch überrascht hatte. Gerechnet hatte ich eigentlich mit einem Zombiesblätterfest und nicht damit, dass ich mich auch noch mit tiefgründigen existenziellen Fragen konfrontiert sehe. Erlaubt mir etwas auszuholen. Die Zombies in diesem Buch sind auch etwas anders, als es für gewöhnlich der Fall ist. Wenn die Zombies gerade mal kein Fleisch, oder besser gesagt Menschen finden, um daran herumzunagen, imitieren sie menschliches Verhalten. So räumen die Verkäufer-Zombies Ware aus den Regalen und legen sie dann wieder dorthin zurück. Oder machen es wie Hiroakis Mutter, die selbst, nachdem sie zum Zombie wurde, ihrem Sohn jeden Morgen noch etwas zu essen machte. Wären die Zombies nicht so beschränkt in ihrer Intelligenz, hätte man sie fast für richtige Menschen halten können. Zumindest, wenn man von ihrem Äußeren absieht und der Tatsache, dass sie der menschlichen Sprache nicht mehr mächtig sind. Ich finde Zombies mit Charakter auf jeden Fall besser als eine schlurfende Masse, wie man sie in vielen Filmen und Videospielen schon gesehen hat. Das soll aber nicht heißen, dass die Zombies nicht ihrer Art entsprechend verhalten, sobald sich ihnen ein Mensch nähert. Die Zombies nutzt der Autor auch zu seinem Vorteil, da diese irgendwie den Menschen ähneln, die man doch liebt. Wäre man im Falle einer solchen Apokalypse tatsächlich in der Lage, seine Geliebten umzubringen, auch wenn diese Zombies sind, um sein eigenes Leben zu retten? Wie belastet eine solche Ausnahmesituation die Psyche eines Menschen, vor allem direkt nach dem Ausbruch der Seuche, wenn man, geschockt wie Hiroaki, erstmal gar nicht weiß, wie es weitergehen soll, weil die Welt, die man kennt, plötzlich Kopf steht? Dies sind Fragen, die ich mir beim Lesen der Novel tatsächlich gestellt hatte. Dabei belässt es der Autor manchmal der Fantasie des Lesers, wie genau man diese Fragen interpretieren möchte. Der Autor nutzt auch die gewählte Erzählperspektive vollends aus. Erzählt wird die Geschichte aus der Perspektive von Hiroaki Deva, unserem männlichen Protagonisten. In der ersten gemeinsamen Nacht mit Otoha bekommt Hiroaki verständlicherweise kein Auge zu. Otoha bemerkt dies und teilt ihren geräuschunterdrückenden Helm mit ihm. Hiroaki kann dabei nur Vermutungen anstellen, warum sie so etwas unter dem Sofa lagert, auf dem sie schläft. Vermutlich hat sie das Ganze doch mehr mitgenommen, als sie zugehen möchte und sie brauchte den Helm für denselben Zweck? Eine Aufklärung dazu gibt es allerdings nicht. Das bleibt dem Leser überlassen. Auch außerhalb der Apokalypse werden einige Probleme angesprochen. Seien es Mobbing in der Schule, was die soziale Norm ausmacht und was passiert, wenn man mit dieser bricht, wie Otoha und Hiroakis tun. Wie auch schon vorher bleibt es hier allerdings dem Leser überlassen, sich darüber weiter Gedanken zu machen. Ehrlich gesagt war ich sehr überrascht, was der Autor da aus dem Hut zieht. All diese Sachen verleihen den Charakteren eine gewisse Tiefe und machen sie nachvollziehbar. Manchmal deutete der Autor ein paar Sachen wohl nur bewusst an, um den Leser dazu zu animieren, kurz innezuhalten und darüber nachzudenken. Auch wenn für diesen Effekt die Hintergrundgeschichten aller bisher aufgetauchter Charaktere etwas sehr tragisch ausfallen musste. Es ist zumindest nicht das, was ich aus typischen Zombie-Filmen und Videospielen kenne. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach nie genug damit beschäftigt. Um die Stimmung allerdings nicht zu bedrückend werden zu lassen, werden neben den Action-Sequenzen auch ein paar Comic-Relief-Momente eingesetzt, um die Spannung, die sich im Leser aufbaut, mit einem oder zwei Lacher zwischendurch auch wieder abzubauen. Ich fand diese immer an sehr passenden Stellen eingesetzt. Wir haben also viel Action, Emotionen und ein bisschen was zu lachen zwischendurch. Was will man mehr in einer Zombie-Apokalypse? Fazit Was kann ich also als Fazit zum ersten Band von Wonder Clock Strikes Z ziehen? Insgesamt hat das Buch meine Erwartungen erfüllt und an einigen Stellen sogar übertroffen. Wenn ihr hier seid für gute Zombie-Action der alten Schule, dann ist das Buch genau das Richtige für euch. Es erwarten euch Zombies, Gedärme, Waffen und noch mehr Zombies. Die Gewalt wird dabei durchaus in den Vordergrund gestellt, was durch die genaue Beschreibung mancher Szenen durchaus etwas abschreckend wirken könnte. Dafür haben wir allerdings Hauptcharaktere, die durch die Ausnahmesituation eine eigene Dynamik entwickeln, die auch gerne mal für den ein oder anderen Witz zur Entspannung hergenommen wird. Dazu kommen einige moralische Fragestellungen, über die ich mir ehrlich gesagt noch nicht einmal Gedanken gemacht hatte vorher. Von mir gibt es für diesen Roman eine volle Empfehlung. Vor allem für Fans von Zombie-Geschichten bietet dieser Roman guten Stoff. Auch wenn es nichts super Originelles sein sollte, hat mir das Buch Spaß gemacht. Es ist tatsächlich eine der wenigen Light-Novels, die sich mit der Zombie-Apokalypse auseinandersetzen, obwohl diese in Videospielen und Filmen eigentlich ein allgegenwärtiges Thema sind. Oder vielleicht habe ich sie bisher einfach übersehen? Es war mal wieder herrlich erfrischend nach dem ganzen Isekai in letzter Zeit, mal wieder etwas zu haben, das in unserer eigenen Welt spielt und keiner RPG-Logik folgt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Abschlussband dieser Zweiteiling-Serie, die im Oktober erscheint. Den hier vorgestellten ersten Band der Serie könnt ihr nur als E-Book erwerben, eine Print-Version gibt es nicht. Einen schönen Überblick über alle Händler bietet die Übersichtsseite zu Wenn The Clock Strikes Zee bei J-Novel Club, einen Link in der Beschreibung. Der Preis des E-Books liegt dabei zwischen 7 und 8 Dollar. Und zum Ende erzählt mir doch, was ist eure Lieblingsgeschichte in einer Zombie-Apokalypse? Egal ob Videospiel, Film oder Buch, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, welches ist und warum.